Das ist Ihre Chance jetzt im Summer Sale, Ihre Balkon-Solaranlage direkt nach Hause zu bestellen oder Solaranlage grundsätzlich, mit der Sie richtig viel Sparpotenzial haben. Aber Achtung, das Kontingent ist sehr stark begrenzt. Das heißt, hier heißt es schnell sein, wenn Sie von diesen Preisen profitieren wollen. Und wir haben verschiedene Kombinationen für Sie mitgebracht. Wir starten mit einem Highlight aus dem letzten Katalog. Das sehen Sie hier oder haben Sie gesehen. War schon Titelprodukt, sehr, sehr, sehr beliebt. Jetzt nochmal im Preis für Sie reduziert. Also da bitte, bitte schnell sein. Und dann putzen die Preise nicht mehr nur beim Einkauf, sondern auch langfristig. Ja, das lohnt sich, egal in welcher Größe, eine Balkon-Solaranlage zu installieren. Viele von Ihnen sagen vielleicht, am kleinen Balkon rentiert sich das überhaupt wegen den paar Watteln. Ja, natürlich. Und unsere erste Anlage ist genau für die Leute mit den kleinen Balkonen. Und grundsätzlich können über 560 mittlerweile installierte Balkon-Solaranlagen sich nicht alle täuschen. Es bringt etwas. Und vielleicht haben Sie die Schlagzeilen letzte Woche und auch Anfang dieser Woche gelesen. Die Bundesregierung plant weitere Strompreiserhöhungen. Umlagen werden erhöht und ähnliches. Da sehen wir mal ein paar Schlagzeilen zu diesem Thema. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, es entspannt sich ein bisschen. Letztes Jahr über 40 Cent. Jetzt sind wir im Schnitt noch bei 37, 38 Cent pro Kilowattstunde. Und dann kommt so ein Knaller. Und dann weißt du, jetzt wollen sie den Strom noch mal teurer machen. Und wenn das mal geplant ist, das haben wir von unserer Regierung, glaube ich, schon gelernt, dann wird das auch irgendwann und wahrscheinlich in Bälde umgesetzt werden. Also umso lohnenswerter ist es. Und jetzt sagen viele, kleiner Balkon, ich bin Mieter, kann ich nicht. Doch Sie können. Wenn Ihr Balkon eine Geländerfläche von 2,50 Meter hat, dann ist es schon mal für unsere erste Anlage vollkommen ausreichend. Die steht rechts hinter mir. Und das ist eine Anlage bestehend aus zwei Solarpaneln. Die nehmen jeweils bis zu 215 Watt auf. Die sind hocheffektiv und ultradünn. Und ich habe in einer anderen Sendung, da möchte ich mich gleich noch zu bedanken, ultradünn. Und habe dann gesagt, die wären 55 Millimeter dick. Das stimmt natürlich nicht. 55 Millimeter wären 5,5 Zentimeter. Sie sind 5,5 Millimeter, also einen halben Zentimeter dick. Also da noch mal vielen Dank für die E-Mail, die uns erreicht hat und die mich auf den Fehler aufmerksam gemacht hat. Ich werde es nie mehr sagen. Also 0,55 Zentimeter. Das wäre die richtige Größenangabe. Die darf man übrigens auch mit Kabelbindern festmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Da ausnahmsweise, weil das Eigengewicht so locker ist mit knapp über 7 Kilo. Dann kommt ein Speicher. Und das ist noch mal etwas, was nahezu eine hundertprozentige Effizienz der Balkon-Solaranlage macht. Vom Speicher geht das Ganze in den Inverter. Und vom Inverter mit einem Schuko-Stecker in ihre Außensteckdose. Hört sich jetzt kompliziert an, ist aber eine Installationszeit. Also mit Befestigung der Solarpanel würde ich sagen von einem Laien von 30 Minuten. Und das ist jedem zuzumuten. Und dann passiert Folgendes. Der Strom, der durch die Sonne erzeugt wird, maximal hier jetzt 430 Watt, fließen in den Speicher. Vom Speicher in den Inverter. Und das, was gebraucht wird, bis zu 350 Watt, geht in ihren Hausstrom. Das, was nicht gebraucht wird, verbleibt in Speicher. Der hat über eine Kilowattstunde Speichervolumen. Und wenn jetzt die Sonne untergegangen ist, wird ja natürlich weiterhin Strom gebraucht. Und wahrscheinlich sogar mehr als tagsüber, weil man auch die Lichter benutzt. Dann wird der Speicher benutzt, den Sie, tags nicht Sie, aber Ihr System, tagsüber vollgeladen haben. Und deshalb komme ich zu der Aussage, nahezu 100% Effizienz. 100% wird man niemals hinbekommen, aber wir sind nahe dran. Kein Geld, kein Watt, kein Sonnenstrahl, der von Ihnen mehr verschenkt wird. Und das ist das Effiziente an dieser Anlage. Und jetzt möchten wir an dieser Stelle auch mal über den Preis sprechen. Du hast den Katalog. Schau mal auf der Titelseite. Riesengroß. Wie groß ist der Preis? Auf der Titelseite 800. 869,99 Euro ist der Preis auf dem Katalog gewesen. Und das schon ein Preis-Highlight. Aber diesen Preis haben wir natürlich deutlich unterboten hier. Sie sehen es, 699,99 Euro für alles, was Sie hier brauchen. Sie haben hier die Solarpaneele, die ultradünnen, 0,55 Zentimeter dünnen Solarpaneele. Wir haben den Akkuspeicher. Sie haben den Inverter, der überhaupt den Strom für Sie nutzbar macht. Das heißt, das Komplettpaket für nur 699,99 Euro. Dann bekommen Sie das Ganze auch noch versandkostenfrei nach Hause geliefert. Das schauen wir uns doch gerne noch mal genauer an, wie da der Preis normalerweise bei Perl.de wäre. Auch hier, ja, da sehen wir es. 869,99 Euro. Das ist der Preis normalerweise für diese Anlage und auch da schon sehr, sehr günstig. Aber wie gesagt, ein begrenztes Kontingent. Wenn das weg ist, dann kehren wir wieder zu den alten Perl-TV-Sonderpreisen zurück. Also ich muss noch gerade ein Wort zu dieser Komplettanlage sagen, zu dem Preisvorteil. Ich habe an anderer Stelle Speicher gesehen mit ähnlicher Kapazität, eigentlich gleiche Technologie, Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Also die beste für mich Technologie. Da hat nur der Speicher 999 Euro gekostet. Nur der Speicher. Hier bekommen Sie die Komplettanlage, die ultradünnen Fullscreen-Solarpanel, die wirklich unglaublich leistungsstark sind mit 215 Watt. Den Speicher, den Inverter und alles ist steckerfertig. Sprechen wir auch gleich mal, wenn er hier eingeblendet ist, über die Qualität dieser Speicher. Wir haben hier Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Und die zeichnen sich durch viele, viele positiven Eigenschaften aus. Nämlich vor allem durch Langlebigkeit. Mehrere tausend Ladezyklen ohne Kapazitätsverlust. Sie sind wind- und wettertauglich. Für mich ist auch Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus wirklich die sicherste Technologie. Man hört mal immer wieder von Maleuren mit Lithium-Ionen-Akkus. Und ja, habe ich noch nie von dem Lithium-Eisen-Phosphat-Akku gehört. Hier sehen wir 6.000 Ladezyklen. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Angenommen, Sie würden den wirklich tagtäglich komplett aufladen, komplett entladen. Dann wärst du bei 6.000 Ladezyklen zwischen 15 und 20 Jahren. Und dann ist er ja nicht kaputt. Dann ist er vielleicht noch bei 80 Prozent der Kapazität. Und das ist eben Langlebigkeit. Hier plant man nicht auf Jahre, sondern auf Jahrzehnte. Und nochmal ganz wichtig, im April ging ein Beschluss durch Bundestag und Bundesrat mit dem vereinfachten Verfahren, das nochmal vereinfacht worden ist. Das sagt jetzt auch, bis 800 Watt dürfen Sie einspeisen über einen einfachen Schokostecker. Aber es hat auch die Genehmigungen noch wesentlich einfacher gemacht. Als Mieter muss man zum Beispiel den Vermieter nicht mal mehr um Erlaubnis fragen. Man kann ihn aus Respekt in Kenntnis setzen. Als Eigentumswohnungsbesitzer muss man auch nicht die Eigentümerversammlung um Erlaubnis fragen. Man kann das selbst entscheiden. Und jetzt kommen wir aber noch zu etwas Entscheidenden. Viele Länder, viele Kommunen fördern Balkon, Solaranlagen nochmal aktiv. Und zwar gibt es da Fördergelder. Ich kann es nicht pauschal sagen, weil das keine Bundesebene ist, sondern wirklich Landkreis oder auch bundeslandmäßig. Aber es gibt Fördergelder zwischen 100 bis zu 640 Euro, die ausbezahlt werden als Förderung für Balkon-Solaranlagen. Und da sind Sie dann einfach an der Reihe, fragen Sie nach, was gibt es bei mir Fördergelder. Angenommen, Ihr Topf wäre schon leer, wäre das auch nicht schlimm. Die rentiert sich auch so innerhalb kürzester Zeit, gerade auch durch die Speicherlösung. Aber wenn Sie da noch 100, 200, 300 Euro Fördergelder bekommen, dann brauchen wir über eine Rentabilität einer solchen Anlage überhaupt nicht mehr nachzudenken. Ne, also wenn ich mir überlege, wie viel ich da nur noch bezahlen muss für so eine Anlage dafür, dass ich so viel am Ende des Tages, am Ende des Monats, am Ende eines Jahres oder vieler Jahre rausbekomme. Also da denke ich ganz schnell schon nicht mehr über die Anschaffungskosten nach, wenn ich mir das hier so anschaue. Und das ist das Schöne, Sie bezahlen hier für ein Gerät, was Ihnen Geld zurückbringt. Das heißt, das ist eine Investition, die macht sich nicht nur bezahlt, die macht auch richtig Spaß. Also das ist Ihre Chance, endlich Ihre eigene Solaranlage nach Hause zu bestellen. Denn es geht ganz einfach, Sie haben es gehört, ganz einfach auch zu installieren. Stecker fertig kommt das ganz zu Ihnen nach Hause. Das ist ganz einfach zusammenzusetzen und dann können Sie davon die Finger lassen und dann arbeitet Ihre Solaranlage für Sie ganz von alleine. Es ist fantastisch, gerade auch mit dem Akkuspeicher. Also bitte jetzt am besten sofort zum Hörer greifen, es sei denn, Sie wollen noch ein bisschen größer gehen, haben wir auch noch ein paar Varianten für Sie. Diese Variante bestellen Sie mit der MW 1333 und der 569. Nochmal Solarpaneele, Mikroinverter und Akkuspeicher. Schon beim Akkuspeicher darf ich nochmal aufgreifen, dass du die anderenorts vergleichbar für 900 Euro gesehen hast. Also wenn Sie sich hier jetzt den Preis für die gesamte Anlage anschauen, also das ist unglaublich. Und jetzt schauen Sie sich den Preis nochmal an, den Sie gerade eingeblendet sehen. Wir haben nämlich jetzt den Akkuspeicher alleine für Sie. Auch der Preis, super, super günstig. Das heißt, den Akkuspeicher kann ich jetzt nachrüsten. Geht das? Ja, jetzt muss man sagen, wir haben über 560.000 installierte Balkonsolaranlagen. Das können kleine sein mit 350 oder 400 Watt oder große mit 600 oder 800 Watt. Und für die Kleinen, also die meisten dieser Anlagen arbeiten eben ohne Speicher und verschenken tagtäglich Strom. Für die Kleinen, die einen Laderegler an ihrem Inverter haben, also bis 350 oder 400 Watt, da kann man den einfach zwischenschalten. Das ist eine Sache von zwei Minuten. Die Kabel, die jetzt in den Inverter gehen, gehen in den Speicher, vom Speicher wieder in den Inverter und dann ist es zwischengeschaltet. Und jetzt hast du eben auch diese nahezu 100 Prozent Ausnutzung. Du verschenkst keinen Strom mehr, den du erzeugst, weil du den überschüssigen Strom speicherst und jetzt eben auch nach Sonnenuntergang zumindest eine gewisse Zeit auf den von dir selber bzw. von deiner Balkonsolaranlage produzierten Strom zurückgreifen kannst. Und erst wenn der Speicher dann leer ist, dann begreifen wir auf den Strom des Netzanbieters zurück, den wir dann, ja, irgendwann ist es halt so weit, den wir dann natürlich bezahlen müssen. Aber bis dorthin ist ein langer Weg und du sparst immer viel Geld. Also auch das Nachrüsten, wer jetzt so clever war und schon eine kleine Balkonsolaranlage installiert hat, der kann jetzt auch den nächsten Schritt gehen, weil da hat mit Sicherheit, Sie haben sicher schon gemerkt, wie rentabel das ist. Aber setzen Sie es auf nahezu 100 Prozent, indem Sie jetzt den Speicher zwischenschalten. Auch der ist sofort lieferbar. Wie gesagt, das Auspacken wird länger gehen als das Installieren. Auspacken geht, ich schreibe mal drei, vier Minuten und das Installieren zwei Minuten. Also einfacher geht es nicht. Das ist der nächste logische Schritt, wenn Sie schon eine Balkonsolaranlage zu Hause haben, hier den Akkuspeicher nochmal nachzurüsten. Im Sommer-Sale, also das sind Preise, die dürfen Sie nicht an sich vorbeiziehen lassen. In dem Fall 429,99 Euro für den Akkuspeicher mit der Bestellnummer MW 1244 und der 569. Wir haben weitere Anlagen für Sie mitgebracht, die sich auch sehr großer Beliebtheit erfreuen und auch jetzt hier trotz alledem nochmal im Preis runter reduziert. Ausschließlich nur deswegen, weil wir sagen, wir wollen diese schöne Sommerzeit jetzt nutzen, Ihnen tolle Sale-Preise zu servieren. Aber das, wie gesagt, im ganz begrenzten Kontingent, das gilt auch für diese Anlage. Ja, und jetzt sollte man prinzipiell den Platz, den man hat, auch ausnutzen und auch das Maximum, was uns der Gesetzgeber gibt. Und das ist hier ganz einfach 800 Watt, die ich im vereinfachten Verfahren, also über den Schuko-Stecker, in mein Stromnetz einspeisen darf. Und hier haben wir diese Anlage, die sogar in der Lage wäre, maximal 880 Watt aufzunehmen, denn wir haben zwei Solarpanel A 440 Watt. Jetzt haben wir hier auch einen Speicher zwischengeschaltet, der hier sogar 2,1 Kilowattstunden zwischenspeichern kann. Dann der Inverter, Sie sehen, alles, was da kommt, ist im Lieferumfang enthalten. Auch hier komplett steckerfertig, alles ohne Elektriker oder ohne fremde Hilfe zu installieren. Stecker in die Steckdose, ich glaube, das haben wir schon als kleines Kind gelernt. Und jetzt werden hier bis zu 800 Watt eingespeist. Das ist unsere beliebteste Anlage derzeit und es ist unglaublich, wie hoch die Nachfrage ist. Wir haben lange gesagt, bitte gleich bestellen, noch lieferbar, bald ausverkauft. Jetzt ist sie ausverkauft. Eingeblendet ist gerade September als Liefertermin, aber wir setzen auch hier Himmel und Hölle in Bewegung, dass wir das früher haben. Wichtig ist nur, unser Computer hat errechnet, die Nachfrage ist nach wie vor groß. Mitte August wird bereits diese Lieferung, die angekündigt ist im September, komplett vorbestellt sein. Das heißt, wer die noch haben will, hoffentlich dann auch zum früheren Zeitpunkt, muss jetzt schon bestellen. Und das ist Effektivität pur. Ich möchte Ihnen kurz mal ein Beispiel nehmen, die deutsche Durchschnittsfamilie. Zwei Kinder, zwei Erwachsene, die Kinder gehen morgens in die Schule, Kindergarten, die Eltern gehen auch außer Haus. Das heißt, du hast eigentlich ab halb acht keinen nennenswerten Stromverbrauch mehr, nur noch den Grundstrom. Der wird ja dadurch abgedeckt. Aber da bis zu 800 Watt eingespeist werden könnten oder erzeugt werden, sogar bis zu 880 Watt, verschenkst du ganz, ganz viel Strom, weil du sowas im Grundstrombedarf niemals abdecken wirst. Wann brauchst du den Strom? Wenn dann mittags alle da sind, da ist er da. Oder abends. Und hier sehen wir das mal, das hellgrüne, dieses hellgrüne Feld. Das ist im Prinzip das, was du verschenkst, wenn du eine Balkonsolaranlage mit 800 Watt ohne Speicher einsetzt. Und dieses hellgrüne verschieben wir jetzt einfach mal in das weiße rechts. Das ist der Strombedarf, den wir abends haben, wenn alle zu Hause sind, wenn die Mutti kocht oder auch der Papi. Der Staubsauger läuft, der Rechner der Kinder und die Lichter sind an. Und jetzt haben wir hier über zwei Kilowattstunden noch zur Verfügung. Und erst wenn der Speicher dann leer ist, dann geht es an den Strom des Netzbetreibers, den ich dann bezahlen muss. Also Sonnenenergie nach Sonnenuntergang zu nutzen, das ist hier das Zauberwort. Und deshalb komme ich ja zu der Aussage, dass du jetzt mit diesem Komplettsystem nahezu 100 Prozent des selbsterzeugten Stroms auch selbst nutzt. Der verschwindet nicht einfach oder er geht einfach ins Stromnetz zurück, sondern Sie speichern den, Sie halten den zurück. Halt, 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 bis er gebraucht wird und dann lassen Sie ihn los. Nur müssen Sie kein Schelterchen drücken, Sie müssen überhaupt nichts mehr tun. Die Anlage macht alles ganz alleine. Und das jetzt auch wieder zum Seelpreis. Und ich kann Ihnen wirklich nur ans Herz legen, wenn Sie sagen, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, dass Sie das jetzt vorbestellen. Denn wichtig ist, Sie bezahlen natürlich auch erst, wenn es dann an Sie ausgeliefert wird. Das ist, ich glaube, Sie sehen es an der Größe, hier drüben haben wir es, Speditionsware. Das heißt, es kommt aber trotzdem Porto und Versandkosten frei zu Ihnen. Auch im Vorfeld schon mal erkundigen, wie sieht es denn aus, auch hier mit Fördergeldern. Auch das ist natürlich eine Balkonsolaranlage. Für mich die cleverste, die logische Konsequenz von allen Balkonsolaranlagen durch den Speicher. Und dann bekommt man da unter Umständen auch noch mal ein paar hundert Euro zurück. Und es gab früher, vielleicht haben Sie sich mal ein Angebot machen lassen für eine große Photovoltaikanlage. Gab es früher schon rentable Angebote, aber das war immer so eine Rentabilitätsrechnung, die teilweise auf 10, 15 Jahre ausgelegt wird, dann rentiert sie sich. Brauchen wir ja gar nicht rechnen. Innerhalb kürzester Zeit, schon aufgrund der Strompreise, die wir jetzt haben, wird sich die refinanzieren. Und wenn Sie dann in fünf Jahren längst vergessen haben, was Sie jemals für diese Anlage bezahlt haben, oder dass Sie sechs, acht Wochen auf die Anlage haben warten müssen, arbeitet die immer noch für Sie, ohne dass Sie noch einen Finger krumm machen müssen. Und das ist eben das Sensationelle. Und nochmal, also letzte Woche haben wir geschaut, da waren es genau 563.000 installierte Balkonsolaranlagen. Wahrscheinlich, wenn ich heute nochmal nachschaue, sind es mittlerweile schon 566.000. Anfang des Jahres, nur um das nochmal zu verdeutlichen, hatten wir 300.000 Balkonsolaranlagen. Jetzt haben wir fast die doppelte Anzahl innerhalb von sieben Monaten, sechs Monaten, ja, also innerhalb von einem halben Jahr. Und da sehen Sie, wie rentabel das ist. Und dann fragt man sich, wann hat der Letzte endlich verstanden, wie rentabel das ist? Gehen Sie zum Beispiel mal mit offenen Augen durch Ihre Gemeinde, durch Ihre Stadt oder nur durch Ihre Straße. Ich bin mir sicher, Sie werden das ein oder andere Solarkraftwerk entdecken, ob am Balkongeländer oder auf einem Garagendach oder auf einem Carport. Das muss ich auch noch dazu sagen. Also Balkonsolaranlage ist ja eigentlich nur ein Vorschlag, weil dort der Platz da ist. Aber wenn du jetzt einen Carport hast oder ich habe neulich eine Doppelgarage gesehen, da wurden die zwei Solarpanel einfach auf die Doppelgarage gestellt. Das geht genauso. Das ist immer nur ein Vorschlag. Es sollte natürlich im näheren Umfeld eine Steckdose zu Ihrem Netzstrom, also eine Außensteckdose da sein, wo Sie den Stecker reinstecken, damit der Strom auch fließen kann. Aber dann ist ganz egal, wo Sie es anbringen. Aber gehen Sie mal mit offenen Augen durch Ihre Straßen und Sie werden das entdecken, was ich gerade gesagt habe. Wenn man mal darauf achtet, sieht man es. Ich weiß nicht, wie geht es dir in Göttingen? Ja, ich muss gerade an meinen Vater denken, zwar in Frankreich, aber der hat letztens ganz stolz ein Foto in unsere Familiengruppe geschickt, in unsere Konversationsgruppe und hatte gezeigt, dass er genau solche Solarpaneele einfach so im Garten aufgeständert platziert hatte. Also einfach auf der Wiesnfläche. Also natürlich am einfachsten wäre es, wenn Sie so ein Balkongeländer haben. Sprechen wir auch nochmal von der Größenordnung. Bei der großen Anlage, wir haben hier knapp 1,73 Meter die Länge der Solarpanel. Das heißt, hochgerechnet aufgerundet haben wir 3,50 Meter, die wir brauchen. Bei der kleinen übrigens 2,50 Meter, auch aufgerundet, weil hier hat ein Solarpanel 1,22 Meter. Also 2,50 Meter oder 3,50 Meter. Und wenn du das hast, dann kannst du die nutzen. Übrigens auch, wenn Sie Balkon haben zur Nordseite. Da gibt es mittlerweile Expertisen drüber. Natürlich haben Sie dann nicht, wie auf der Süd- oder Südost-Südwestseite, die volle Ausbeute. Aber auch dort rentiert es sich. Es ist also auch kein Grund, auf der Nordseite sowas nicht zu installieren, weil da gibt es ein bisschen weniger Strom, das ist klar. Aber es gibt Strom, der hier erzeugt wird. Und das alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, egal wo Sie es aufbauen, Sie sichern sich jetzt auch beim Vorbestellen noch unseren Sommersale-Preis. Und wir schauen gemeinsam auf Pearl.de auf den dort schon sehr günstigen Preis. Der bei 1.600 Euro dort liegt. Aber, also ich bin wirklich baff, wir haben hier 300 Euro nochmal runtergenommen von dem Preis. Nur jetzt im Sommersale, solange das Kontingent noch verfügbar ist. 1.399 Euro, 99 Cent für das Komplettpaket. Versand kostenfreie Lieferung, gegebenenfalls auch noch Förderung, die Sie mit abstauben können. Es ist einfach genial. Das ist Ihre Chance und zwar wirklich eine großartige Chance. Sie haben schon gehört und haben gesehen, wie viele Solaranlagen es schon in die deutschen Haushalte geschafft haben. Und Sie werden sich ärgern, wenn Sie diese Situation jetzt hier im Sommersale nicht für sich nutzen würden. Nutzen Sie die Chance, bestellen Sie jetzt mit der Artikelnummer MW 1319 und der 569 die komplette Anlage. Und dann können Sie auch noch gute Sommersonnenstunden mitnehmen. Aber wie gesagt, diese Anlage arbeitet das ganze Jahr für Sie. Jeden Tag sind die Sonnenstrahlen zwar nicht immer sichtbar, aber sie sind verwertbar für Ihre Solaranlage. Und sie funktioniert und sie funktioniert zuverlässig. Gerade auch mit dem Akkuspeicher, den Sie in diesem Vorteilspack inkludiert hatten, den wir hier auch nochmal einzeln für Sie mitgebracht haben. Genau. Und zwar jetzt für die großen bereits installierten Balkonsolaranlagen. Dabei spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie eine 600 Watt Solaranlage oder eine 800 Watt haben. Wichtig ist der Laderegler bzw. der Inverter. Der hat hier zwei Laderegler und dann ist es wieder eine Nachinstallation von zwei Minuten. Stecker MC4, Stecker aus dem Inverter in den Speicher, aus dem Speicher wieder in den Inverter. Und genau so lange, wie ich das erzählt habe, geht die Installation. Und dann haben Sie die Vorteile, dass Sie eben keinen Strom mehr verschenken, den Ihre Balkonsolaranlage erzeugt, sondern ihn dann nach Sonnenuntergang nutzen können. Die MW 1255 und die 569 ist die Bestellnummer. Dann kommt diese Anlage auch zum TV-Sonderpreis und auch versandt kostenfrei zu Ihnen nach Hause. Wir haben noch eine dritte Anlage für Sie, auch wieder mit einem Akkuspeicher, also optimal zu nutzen. Und gute Nachricht, da können Sie auch schon früher von Ihrer Anlage profitieren, denn das aktuelle Lieferdatum liegt hier schon in wenigen Tagen, Wochen. Also wenn Sie sagen, ich möchte den Sommer noch mal voll ausnutzen, dann ist das vielleicht die richtige Anlage für Sie. Also wir sehen jetzt in wenigen Tagen wirklich Lieferdatum. Da sind wir richtig stolz drauf. Unsere Stammzuschauer werden sich erinnern, genau diese Anlage haben wir letzte Woche gezeigt und haben gesagt, Ende September, wir versuchen aber alles, um die Lieferung näher ranrücken zu lassen. Und das ist uns jetzt gelungen. Wirklich ein herzlicher Dank an unser Team hinter der Kamera, an die Einkäufer und alles, die alles möglich gemacht haben. Und jetzt heißt es, in wenigen Tagen könnten Sie diese Anlage holen. Da haben wir den Speicher noch ein bisschen größer, aber es ist vom Grundprinzip das Gleiche. Zwei Solarpanel hier übrigens, müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Die Solarpanel, das ist Industriequalität, die sind TÜV geprüft, nach VDE-Normen getestet. Und es sind wirkliche Industrie-Solarpanel, die heutzutage eins zu eins an großen Solarparks eben benutzt werden. So was können Sie bald am Balkongelände haben. Leistungsaufnahme wieder, zweimal 440 Watt. Dann kommt der Speicher. Jetzt haben wir hier 2,24 Kilowattstunden Speicherkapazität. Da kommt noch ein kleines Bonbon dazu. So kommen wir gleich zu sprechen. Dann geht es wieder in den Inverter und in die Steckdose. Also das Prinzip genau das Gleiche. Aber jetzt können wir wirklich sagen, ohne große Verzögerung, das darf ich bei dem Lieferdatum wirklich sagen, bei Ihnen. Und wer jetzt sagen will, jetzt wird es Zeit, ich möchte auch diesen Sommer noch mitnehmen. Jetzt haben wir ja gerade die Sonnenstunden und die langen Tage. Ja, der sollte hier zugreifen und auch hier wieder den TV-Sonderpreis nutzen und vor allem die Verfügbarkeit in wenigen Tagen. Ja, also es macht wirklich Sinn, hier jetzt zu bestellen, auch gerade zu diesem Preis. Das heißt 1599,99 Euro, das rentiert sich natürlich, je mehr Sonnenstunden Sie noch haben, noch mal umso schneller, weil Sie wissen ja, die Tage werden kürzer. Also da zählt auch jeder einzelne Tag jetzt, den Sie davon profitieren können. Und auch hier wieder ist es super, einfach so eine Anlage aufzubauen, oder? Also genau, diese Anlage ist komplett steckerfertig. Ich brauche keinen Fachmann, ich brauche keine Vorkenntnisse, ich brauche keinen Elektriker. Ich muss nur die Stecker zusammenstecken. Die könnte man, selbst wenn man es wollte, nicht falsch einstecken, weil die nur immer richtig zusammenpassen. Und den letzten Schritt Stecker in die Steckdose. Also da braucht man keine Hilfe. Jetzt haben wir aber bei dieser Anlage noch ein kleines Bonbon für Sie. Das ist einfach ein Bonus. Und zwar heißt das Drei-Phasen-Smart-Meter. Das ist einfach für Sie mit dabei. Das können Sie nutzen, wenn Sie möchten. Dann möchte ich Sie aber bitten, dass das eingebaut wird von dem Elektriker. Und zwar in Ihren Zählerschrank. Und dann haben Sie über eine kostenlose App die Möglichkeit, die Echtzeit-Strombewegungen in Ihrem Haus, im kompletten Haus, im kompletten Haushalt zu überwachen, zu kontrollieren. Wann wird der meiste Strom? Warum geht jetzt gerade mehr Strom ab, als eben noch vor zehn Minuten? Oder was braucht so viel Strom, wenn ein Gerät läuft? Also das ist ganz, ganz interessant und unglaublich beliebt. Das ist optional. Man kann es nutzen. Man muss es aber nicht. Aber auf jeden Fall ist es mit im Lieferumfang enthalten. Und das ist eben eine tolle Sache. Das ist der Speicher. Sie sehen ihn. Da haben wir ihn auch nochmal speziell ins Licht gesetzt. Mit eben diesen 2,24 Kilowattstunden Speicherkapazität und das Smart Meter, drei Phasen Smart Meter haben wir gerade rechts daneben gesehen. Die Kernstücke eigentlich dieser Anlage, um wieder, also gerade den Speicher, um wieder nahezu 100 Prozent Ihres selbst erzeugten Stroms auch selbst zu nutzen. Und auch hier gilt, Sie bekommen wieder exklusiv einen Perl-TV-Sonderpreis. Wir schauen auf Perl.de. 1.830 Euro ist der Preis normalerweise im Vergleich dazu der Preis bei uns hier im Sommersale. Nur 1.599,99 Euro. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass dieser Preis so bleibt. Das wird nämlich nicht so sein. Das ist ein außergewöhnlich günstiger Preis. Auch hier Versandkostenfreie Lieferung für Sie. Hier auch wieder auf die Qualität geachtet worden im Einkauf. Was die Paneele angeht, zum Beispiel auch mit der Industriequalität. Also wunderbar mit der Bestellnummer MW 1342 und der 569 kommt diese Anlage zu Ihnen nach Hause und ist dann auch direkt einsatzbereit. Und das auch besonders effizient und intelligent, wenn Sie möchten, mit diesem modernen Solarstrommanagement in Form dieses drei Phasen Smart Metas. Wir haben auch diesen Akkuspeicher und auch diesen Smart Meter nochmal für Sie zum Nachrüsten hier zur Verfügung. Auch hier wieder zum Sommersale-Preis. Ja, und auch hier in wenigen Tagen verfügbar, also ohne lange Wartezeiten. Hier sehen wir die Vorteile nochmal. Also die Installation ist klar. Auch bei bereits vorhandenen Balkonsolaranlagen einfach die MC4-Stecker raus aus dem Inverter, rein in den Speicher, vom Speicher hinein in den Inverter und schon ist es installiert. Wie gesagt, zwei Minuten. Und dann haben wir eben jetzt die Möglichkeit, überschüssig produzierten Strom zu speichern und Sonnenstrom nach Sonnenuntergang zu nutzen. Und das ist eben das Geniale. Also ich kann jedem nur raten, der eine 600 oder 800 Watt Balkonsolaranlage bereits installiert hat, diesen Akku zwischenzuschalten. Ja, das lohnt sich mit der MW 1341 und der 569. Sie sehen jetzt auch schon eingeblendet den Preis für eine super clevere Balkongeländerhalterung. Sie haben es schon gehört, es steht Ihnen frei, wo Sie diese Solaranlage platzieren. Aber wenn Sie ein Balkongeländer haben, dann ist das so natürlich clever genutzt, so ein Geländer als Fläche für Ihre Solaranlage. Und super, dass wir da die richtige Halterung direkt schon für Sie dabei haben. Ja, jetzt müssen wir noch mal sagen, die erste Anlage hier hinter mir mit den ultradünnen, das geht mit Kabelbindern. Die sind sogar im Lieferumfang enthalten. Die zweite und die dritte Anlage, keine Kabelbinder, bitte installieren Sie es einmal richtig, damit es Wind und Wetter aushält. Und das geht mit den Halterungen. Ein Set bitte pro Solarpanel. Und beide Anlagen, die wir Ihnen gezeigt haben, die zweite und die dritte, bestehen jeweils aus zwei Solarpanelen. Also bitte zwei Halterungen bestellen. So sieht das aus. Alle Solarpanelen sind vorgebohrt. Also es ist auch hier kinderleicht, ohne Vorkenntnisse, das zu installieren. Und dann ist es nach menschlichen Ermessen sicher installiert, weil Sie möchten ja nicht nur ein paar Wochen, sondern Monate, Jahre und Jahrzehnte Freude an dieser Anlage haben. Deshalb am Anfang einmal richtig installieren, bitte. Mit der MW 1206 und der 569 haben Sie die Balkongeländerhalterung dann auch schon wieder direkt mit dabei. Also das ist eine Sendung, die lohnt sich richtig. Im Sommersale haben wir Produkte, die sich so großer Beliebtheit erfreuen, dass es echt schon wirklich erstaunlich ist, dass wir trotzdem mit dem Preis runtergehen. Und zwar so extrem, dass Sie wirklich jetzt bitte die Chance nutzen, direkt zum Hörer greifen und Ihre Solaranlagen zum super günstigen Preis nach Hause bestellen.